Derzeit sind bei unseren Mitarbeiterinnen in Niederösterreich acht Autos im Einsatz und unser Augenmerk ist besonders auch auf die Sicherheit und Fahrtüchtigkeit der Autos gelegt worden, aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr, sehr gut und wir haben die besten Erfahrungen mit dem Autohaus Slavicek in der Kundenbetreuung. Also Slavicek macht es möglich. Der Jazz ist ziemlich einzigartig, auf 3,99 Meter Länge haben sie da drinnen einen Platz. Das ist sensationell, muss man einfach einmal gesehen haben und probiert haben. Und natürlich Sicherheit, neueste Motorentechnologie und Ausstattungsdetails. Ist eigentlich so ziemlich alles möglich. Meistens findest du es nur in der Oberklasse, aber wir können im Jazz so ziemlich alles anbieten.